Liebe YouTube-Freunde, das macht mich Freude. Vorne links platt. Ich war gestern in der Deponie und habe da sicher etwas eingefahren. Jetzt muss das Rad demontiert werden. Ja, liebe YouTuber, da gibt es noch was zu erzählen. Dieses Rad hatte keine Luft mehr. Ich habe das demontiert und in der Werkstatt in Graswil aus dem Auto geladen. Das Rad stand so da, wie jetzt hier, neben dem Auto, freistehend. Ich habe gedacht, das steht. Ich habe da nicht weiter darauf geachtet. Ich habe mich abgedreht und was passierte, das Rad ist auf mich aufgefallen. Es hat mich zu Boden geschlagen, Hinterkopf angeschlagen, es hat geblutet und Ellbogen geschürft, beide. Ich wurde wie vom Blitz zu Boden gerissen. Ich habe zuerst nicht begriffen, was da passiert. Dieses Rad hier war es. Ja, was noch zu sagen gibt. Nein, ich sehe nicht klar, was hier passiert. Mein Knie. Das Rad ist da irgendwie auf mein Knie gefallen. Rechtsknie schmerzt. Ja, wir sehen dann morgen, wie das aussieht.